Das war so rotes? Oh! Zwischensequenz! Ist das ein Krümelkin? Ach ne! Gajau! Äh, Gajaka? Gajalaka? 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 Wie man das aussprechen mag. Gajalaka? 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 Hm, bist du fliehen hier? Ja, warum nur? Guten Tag, Mister. Mister, ich habe Hunger. Gajalaka! Gajalaka? Los! Angriff mit voller Kraft! Jetzt könnt ihr joinen. Aua! Okay. Oh, nö. Oh, lol! Hast sie schön mitgenommen! Lol! wie er es genau mitnimmt als wärs vorhergesagt das war jetzt fies das war ein bisschen antiklimatisch oder die flügel nämlich auch ich bin so wie tot ich hab nur einen mini balken ich hab wirklich nichts mehr gehabt muss immer auf die dicken dränge glaube ich wechseln ich hab noch zwei maxi tränke dabei ich bin gern mit der xan meine kaufst du sie aber dann spielst du mit oh ich hab nur noch halbes leben äh ich müsste nur mal heilen gehen gefühlt komm ich aber nicht raus aus dem kann ich dein streamvideo jetzt schon anfangen ja kommst du dann geht's wahrscheinlich ich brauch relativ die id guten tag aber 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 hast du es dann aber wo ist es die lager oh ich bin erstmal abgeprallt und kaffee dafür halbes leben damage nein nicht nochmal jetzt ist er jetzt ist er ich müsste mal heilen vielleicht geht der auch mal auf mich jetzt nachdem er mich fast getötet hat geht er auf dich zum glück wurde einmal damage reduziert nö 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 das ist unfair guten tag der hat sich liebe will meine nähe ich habe auch das gefühl dass er mich lieb hat aber der ist ein bisschen groß und gefährlich für liebhaben wie gesagt ein hit halbes leben weg ich bin auf mich jungs ich hab gegessen also ich hab das gefühl ich bin gerade irgendwie gut am agro zielen von dem vieh ich weiß noch nicht warum mehr kuschelfläche oh gott der hat ganz schön viel kuschelfläche jo bisschen zu viel kuschelfläche ich glaub nergi ist das einzige monster der sich komplett ausgefaust hat nergi uuuhu das ist kein material einmal hier hinter zu ihm eine kralle gefunden und wahrscheinlich legen wir ihn auch hier schon das wäre super ja in dem abteil meine ich jetzt ich hab schon 13 megatränke verbraucht das wäre super wenn der irgendwann mal stirbt oh komm echt jetzt ja f*** mich richtig sorry hab ich nicht gesagt doch hast du nein das hat keiner gehört doch ich nein doch das gehört danke er wollte richtig schön im bettchen liegen und mit dem tier knuddeln aber ne mach doch den nicht zum lücken hab ich noch meinen mandler an hallo hallo ich hab's auch gehört fand's interessant siehste alles safe so irgendwie hab ich da nen sprungang gehabt gemacht ich weiß noch nicht warum aber oh gott hab ich wieder ich bin da schön mit reingesprungen oh gott du freu ich mich drauf hätt mich der getroffen drink 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 ja drück mich kuscheln kuscheln alarm oh oh der kommt schon zu mir ok ok oh echt in dem moment guck guck kann ich ihm helfen dem ist sicher jetzt geil sterne unten drunter und piks ihn aber haut mich mal nicht von hinten da gehen meine deckenflöten sorry der solche teammates hatte er braucht keine feinde mehr er ist halt wirklich so das ist dein erster der gigante gerade oder jo dem character schon aber what ich hab geblockt eigentlich ich stand da lab blockt war plötzlich tot gleich keine auszahl mehr der mond war richtig das worden bonnet muslima nicht blocken kann ja gg ja super schreit doch ich war das hat er uns jeden jetzt einmal gewonnen hätte Ich hatte nicht gewonnen, Moment, aber ich bin zum ersten Mal gestorben. Nee, ich bin da vorher mal gestorben. Ach, Mensch. Gewonnen hittet. Ihr habt gesehen, full live. Wie gesagt, wenn man solche Mitspieler hat. Aber, boah, er lebt nur Schaden, wurde reduziert am, äh, mein Ass. Echt am Arsch, wurde der reduziert. Ich brauche einen Trank, ich brauche einen Trank. Tot. Ja. Da braucht man keinen mehr. Ich war halt auf Maxi-Tragen, weil der hat gebrüllt. Jetzt habe ich orange, obwohl ich dead war. Ja. Schade. Ja, das ist hart. Das ist echt hart. Wir müssen das halt wirklich safe spielen. Irgendwann fallen ich, weil ich eigentlich relativ viel, äh, blocken kann. Ja, rennt. Komm. Der rennt nicht. Der brüllt mich nur an. Oh, die kann ich sogar blocken, wenn ich genug Ausdauer habe. Aber die Ausdauer ist ein bisschen das Problem gerade. Jetzt, warte. Nö, nö, nö. Der klackt auf mich. Ne, bin ich nur auf mich. Solange ich's nicht bin. Ah, fuck, man. Ich muss bei ihm schleifen, ich gehe hoch so lange. Oder triggert er mich nicht? Oh Gott, ich bin dead. Nein. Der killt mich immer mit derselben Combo. Der schmeißt mich in die Luft und dann macht er seinen One-Hit. Da komme ich nicht mehr rechtzeitig weg. Brauche ich denn noch einen? Ich muss wieder... Oh, ich brauche Ausdauer. Oh, weg! Nope. Ich habe überlebt, aber du nicht. Ich nicht. Ich war eigentlich hinter so einer Säule, aber der hat die einfach zerstört. Ja. Und ich muss nachladen und irgendwie generell alles. Jetzt geht der hoch, Achtung. Nee, doch nicht. Jetzt, glaube ich, nach dem Streik. Ja, 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 weg, weg. Ey, ich kann das blocken. Nur mal so festhalten. Ich kann Ausweich. Aber ihr haut mich die ganze Zeit. Ich frage mich, warum ich kein Damage mache. Ich gehe gerade über den Rücken. Ja, das ist der Schwan, wie gesagt. Ich wusste nicht. Nee, nee. Nee, er schläft. Ja, dann warte. Also bei 0% ist er sicher. Wir haben doch hier einen mit einem großen Katana aus. Ich habe auch. Jetzt dein Job. Ich habe mal da drauf. Ich habe mal da drauf, ja. Hast du Wi-Fi in Firewall? Nee. Genau. Habe ich nicht. Aber ich kann den Schuss aufladen. Ja. Mach das. Oh, kann ich auch? Oh Gott, ich kann das nicht. Ich muss das nicht vorher machen. Gut zu wissen. Jetzt macht er nämlich hier auf. Guck. Du hättest schon 10 Stichkampf. Ja, jetzt macht er wieder den. Er fliegt ja. Er fliegt ja durch. Das ist schon richtig. Der macht jetzt da frei. Ja, das ist schon richtig. So wie ich gesagt habe. Jetzt. Ja. Der hat eigentlich schon 0%. Wannst du schnell für den Kampf oder was? Andere Seite frei. Guck. Oh Gott. Aber dafür kriegt man nochmal ins Gesicht. Oh Gott, ich krieg komplett ins Gesicht. Heilig schnell. Würde ich gerne. Geht nicht schnell. Oh, oh. Ich muss blocken hier. Aber zum Bestell, ich helfe. Du musst jetzt. What? Stimmt nicht mehr, ne? Booster. Fuck. Eine Versuch noch. Ja. Ja. Das war mein Bad. Sorry. Ich wollte jetzt. Sehr schön. Ich wollte jetzt so schnell. Das aufpacken. Ich hatte meine Maxi Tränke schon verbraucht in dem Kampf. Ich wollte das nicht nochmal reinpacken. Und das. Ich will noch looten. Nein. Doch, doch, doch. Ich komme da nicht hin rechtzeitig zum looten. Ich komme da nicht rechtzeitig zum looten hin. Korrekt. Wow. Oh Mann. Das ist doch scheiße. Warum musstet ihr denn jetzt plötzlich plätten, wo ich gerade mal weg war? Nein, ich sehe ihn noch. Ich kann ihn noch angucken und anklicken. Aber ich schaffe es nicht rechtzeitig, dreimal durchzuziehen. Du kriegst vielleicht noch einen. Fünfmal. Fünfmal. Fünfmal, jo. Ich habe nicht einmal durchgezogen. Ja, danke schön, Spiel. Das ist toll. Du kriegst ja das, Zeuge. Krieg ich das trotzdem? Wurde sagen, nicht, wenn du es nicht lootest. Auch Zwischensequenz. Gut. Und schau mal, wer noch hier ist. Wir haben also Drachenälteste, die Drachenälteste fressen. Wunderbar. Jetzt wird so einiges klar. Ja. Das Gesamtbild war uns nicht klar. Wie hätten wir das vor der neuen Welt wissen sollen? Hauptsache geschafft, ja, aber den Loot zu haben, wäre ja schon wichtig gewesen in so einem Spiel auch. Dabei hat er das Ökosystem vor Ort. Und weil ich die Tränke nehmen wollte, weil ich dachte, ich war oft noch. Ach, Mann. Wenn das Problem kennt, jetzt aus dem Weg ist, sollten die anderen Drachenältesten sich wieder normal verhalten. Huch. Kommt nicht Kirin auch noch irgendwann? Ich dachte, Kirin wäre gar kein Plus, äh, kein High-Rank-Monster. Was ist los? Nein, ein Teil des Puzzles fehlt noch. Wie kommt es, dass sich in diesem Gebiet so viel Energie angesammelt hat? Genug Energie, um solch eine Bedrohung anzulocken und ihren Lebensraum wechseln zu lassen. Ich habe Kirin noch gar nicht getroffen mit dem Charakter. Ist irgendwie nicht verwirrt. Aber ich glaube, den musst du explizit aufsuchen, ne, und treffen. Große Belobigung habe ich jetzt bekommen. Und umsterblichen Drachen schubben. Ja, toll. Du hast genauso viel wie wir bekommen. Aber ihr habt noch den Loot extra bekommen. Das siehst du ja in der Auswertung nicht. Doch, doch. Nein, nein. Am Ende stand das Fall. Den Loot sich ich in der Auswertung nicht. Du kriegst das einfach so. Du kriegst auch, wenn du einen Schwanz so viel lootest, den so, auch wenn du es nicht schaffst. Cold Kid Will, hallihallo. Ich habe gecarried und ich kriege nicht mal einen Loot dafür, Mann. Was? Das Spiel hat gesagt, ich habe gecarried. Ich bin halt nicht da. Zufahrir husband kümmert. Untertitelung des ZDF, 2020